Oh, das kommt auch noch. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ob hier der unsichtbare Benji noch sein Unwesen treibt. Oh, das ist krank, das Gob. Ehe du da oben bist, Junge, da hast du schon dreimal einen in die Fresse gekriegt. Oh, das ist krank, das ist krank, das ist krank, das ist krank. Ah ne, Quatsch, ich mache doch Blödsinn. Ich muss doch hier hinten lang zum Hubschrauber. Super. Oh, das ist ja riesig. Vom Zoom ist es schon geil, aber irgendwie zu geil. Da lief doch einer. Oh, das ist ja riesig. Ja. Da machen wir dreimal. Aber hier passive was für keinen Luftgeist. Da haben wir das Köpflpop, die sich limitationряд tut. Entw электrinnen und hohe Neigen. Oder wie lange dann gerade vor. Ich hole nichts. Ich hole nichts. Wie kriege ich das Magazin raus? Ich hole nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Gäffer ist. Ich glaube nicht. Das ist sicher nicht angehört wie ein Skeff. Ich hole nichts. 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 Ist das immer noch zwei? Ich dachte, dem einen hätte ich das Fressbrett weggeschossen. Zwei. Habe ich auch gehört. Ja, aber einem habe ich doch die Visage weggeballert. Da war ich doch voll drauf, Alter. Da war ich doch voll drauf. Hoffentlich sieht er mich nicht hier durchs Holz. Na komm. Meine Ausdauer. Ach, scheiße. Ach, das war doof. Da hat noch einer geschossen. Leck mich doch am Arsch. Ach, Mann. Der hat ordentlich geschluckt, Alter. Oh, den hätte ich gerne. Johnny, na komm rein. Ich mache noch eine Weile. Habe ich doch zwei in die Fresse. Waren das vier oder was? Alter, das gibt es doch gar nicht. Und so eine arme Seele ist denen dann noch in den Weg gelatscht. Ach, Mann. So ein Elend. Und so ein Elend. Und so ein Elend. Bis zum nächsten Mal.